Ja, Hallöchen, meine lieben Toppflanzenfreunde, ich bin's wieder, euer Blacky und wir sind back in Warframe und zwar mit dem Video, was ich beim letzten Mal, in meinem letzten Video, das war ja über die Mods, was ich schon angekündigt hatte, dass wir uns heute hier um Modding kümmern, aber nicht um die Theorie an der ganzen Geschichte, sondern um die praktische Umsetzung aka, wie funktionieren Waffenstatistiken überhaupt und wie beeinflussen Mods Waffenstatistiken und was für Mods tut man am besten überhaupt auf seine Waffe drauf. Dazu haben wir hier mal den grünen Säurefrost in den MH-Blacky-Farben am Start, weil ich gerade mal Lust hatte, ein bisschen mein Kanaldesign in Warframe zu übertragen farblich. Fangen wir direkt mal an, wir sind hier, by the way, nicht im Orbiter, sondern im Simulacrum, falls wir mal zwischendurch ein paar Testgegner spawnen müssen zum Testen und so, hab ich gedacht, ist das vielleicht ein bisschen besser. Aber gut, das hier, die Konsole funktioniert genauso wie das Arsenal im Orbiter, also macht euch da mal keine Sorgen, falls ihr jetzt das Simulacrum noch nie gesehen habt. Wir sind hier auf der Anfängerseite und wir kümmern uns um Anfängergeschichten und deswegen, ähm, ja, fangen wir mal an mit ein bisschen Waffenmodding. Wir fangen mal an mit der Soma, weil ich finde, die Soma ist eine super Waffe, um ins Modding mal einzusteigen. Ich habe hier, okay, das Ding hier kann komplett weg, 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 weg. Ähm, gut. Die Soma ist eine Schnellfeuerwaffe. Ich weiß gar nicht, welchen Mastery-Rang sie hat, aber sie ist ein gutes Beispiel, um mal das Modding zu veranschaulichen. Wir gehen mal auf Upgrade und dann sehen wir hier, wie gesagt, habe ich ja das letzte in meinem Video auch schon erklärt, an der Seite die Waffenstatistiken. Ich würde mal behaupten, wir gehen die Waffenstatistiken einfach mal schnell durch, damit jeder weiß, worüber wir hier reden und womit wir hier arbeiten. Ähm, Accuracy, Genauigkeit, denke ich, brauche ich nicht groß erklären. Je näher das an 100 dran ist, desto besser, aber, ähm, ich würde mal sagen, für Gewehre ist eine Accuracy von über 20 eigentlich voll ausreichend. Deswegen nur mal so als Pi mal Daumen wert. Bei einer Shotgun ist alles über 10 eigentlich auch gut. Nur damit ihr ungefähr eine Ahnung habt, auf was ihr da achten sollt und auf was nicht. Crit-Chance ist eigentlich auch, denke ich mal, relativ selbsterklärend. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Treffer ein kritischer Treffer ist. Dann haben wir den Critical Multiplier, das ist, ähm, ja, ein Multiplikator. Wenn du einen Crit machst, wie viel mal mehr Schaden als ein normaler Schuss macht es dann in dem Fall den dreifachen Schaden? Feuerrate, 15 Schuss pro Sekunde, Magazin, 100 Schuss im Magazin. Noise Alarming heißt, äh, wenn ihr irgendwie Stealth macht und so und mit der Waffe schießt, dann werden die Gegner das hören. Aber so ziemlich jede Waffe, die nicht schallgedämpft ist, hat sowieso Noise Alarming, deswegen, äh, könnt ihr vollkommen ignorieren. Reload-Zeit, 3 Sekunden. Status Chance, äh, da muss ich nochmal gerade ein bisschen ausholen. Status Chance ist, jeder, jeder Damage-Typ in dem Spiel, das können physische Damage-Typen sein, das können elementare Damage-Typen sein. Es gibt eine Menge Damage-Typen, worauf wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen werden. Jeder Schadenstyp hat einen dazugehörigen Status-Effekt. Zum Beispiel, sag ich mal, wenn ich jetzt, ähm, Schnittschaden mal als Beispiel nehme, ist der Status-Effekt eines Schnittschadens, dass der Gegner für so und so viele Sekunden Blutungsschaden nimmt. Das ist der Status-Effekt, der zugehörige Status-Effekt vom Schnittschaden. Genauso hat alles andere auch einen zugehörigen Status-Effekt. Das werde ich jetzt aber nicht alles runterrattern, da kommen wir dann gegebenenfalls nochmal separat drauf zu sprechen. Und die Status-Chance hier ist die Wahrscheinlichkeit pro Kugel, die abgefeuert wird, beziehungsweise pro Kugel, die auf dem Ziel landet, ähm, dass dieser Status-Effekt entsprechend ausgelöst wird. Kommen wir jetzt aber gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn es ans Modding geht. 7% ist nicht sehr viel. Ja, Trigger-Auto-Heiß-Waffe ist vollautomatisch. Und jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich interessant ist, und zwar hier. Das sind die Schadenstypen. Wir haben, bei den meisten Waffen haben wir von Grund auf einfach nur physischen Schaden. Physischer Schaden unterteilt sich in Puncture, Slash und Impact, also Durchdringung, Schnitt und Einschlag. Das hier sind die Schadenswerte, die die Waffe macht. Das heißt, mit jedem Schuss macht ihr 4,8 Puncture-Schaden, 6 Slash-Schaden und 1,2 Impact-Schaden. Wenn ihr das mal zusammenrechnet, werdet ihr dabei rauskommen, dass das insgesamt 12 Schaden sind. Die Frage ist jetzt, Blackie, warum zur Hölle hat man nicht einfach nur physischen Schaden Punkt? Warum wird das nochmal aufgeteilt? Grund dafür sind, sag ich mal, Schadensmultiplikatoren. Es gibt bei Gegnern ja unterschiedlichste Art und Weisen von Gegnertypen. Von schwer gepanzerten Grineer zu Korpus mit Schilden oder Infizierten, die rumrennen und mehr oder weniger aus infiziertem Fleisch bestehen. Und jede Art von Gegner-Gesundheit, sag ich mal, hat verschiedene Stärken und Schwächen bezüglich verschiedener Damage-Typen. Nur mal als Beispiel, zum Beispiel Puncture-Schaden macht Bonusschaden gegen Rüstung. Slash hingegen macht Bonusschaden gegen Fleisch und Impact macht Bonusschaden gegen Schild. Wohingegen dann jetzt Impact zum Beispiel gegen Fleisch Malus bekommt oder Puncture gegen Schild Malus bekommt. Gibt eine riesig dicke, fette Damage-Multiplikatoren-Tabelle für jedes Element im Spiel. Ich packe die euch mal in die Videobeschreibung, damit ihr da mal draufklicken könnt, falls es euch interessiert. Dann könnt ihr euch für jedes Element im Spiel angucken, gegen welchen Gegnertyp was gut ist. Und ja, das will ich jetzt nicht alles runterbeten, weil das kann man sich sowieso alles nicht merken. Deswegen Link in der Videobeschreibung, falls ich es vergessen habe. Schreibt mich in den Kommentaren an, damit ich es nachliefern kann. Aber wenn ich jetzt nicht auswendig erzählen will, was zur Hölle es alles an Damage-Typen gibt, wie will ich denn überhaupt jetzt vernünftig was erklären? Und darauf kommen wir jetzt zu sprechen. Und zwar fangen wir einfach mal mit den Elementen an. Es gibt ja verschiedene Elemente im Spiel und ich nenne euch jetzt mal nur die paar Elemente, die wirklich wichtig sind. Und wirklich wichtig im Spiel ist eigentlich nur, was macht ihr, wenn ihr gegen Grineer kämpft? Was macht ihr, wenn ihr gegen Korpus kämpft? Und was macht ihr, wenn ihr gegen Infested kämpft? Diese drei Fragen müsst ihr beantworten können und alles andere ist komplett egal und erübrigt sich mit der Zeit sowieso von selbst. Fangen wir mal mit den Grineer an. Grineer haben eigentlich alle Ferit-Rüstung an und Ferit-Rüstung nimmt 75% mehr Schaden, wenn ihr mit Korrosiv angreift. Korrosiv ist ein kombiniertes Element aus Gift und Elektrizität. Das heißt, wenn ihr Gift und Elektrizität auf eure Waffe drauf tut, macht ihr Korrosiv-Schaden. Wie das sich mit den Zahlen ergibt, das erkläre ich euch gleich. Das heißt, wenn ihr gegen Grineer kämpft, immer Korrosiv bauen. Punkt aus Ende. Grineer abgehakt. Kommen wir weiter zu den Korpus. Korpus haben Schilde. Tja, was macht man gegen Schilde? Das Beste, was ihr gegen Schilde tun könnt, ist Magnetschaden. Und ich habe gerade keine Ahnung, wo der Magnetschaden ist. Magnetschaden ergibt sich aus Eis und Elektrizität. Eis und Elektrizität kombiniert auf der Waffe gibt Magnetschaden. Magnetschaden, perfekt, 75% Bonus gegen Schilde. Alternativ, was ihr machen könnt gegen Korpus, ist aber auch Gift und Feuer zu kombinieren für Gas. Denn Gas hat im Falle von einer hohen Statuschance als Statuseffekt, dass es eine Gaswolke macht, die Schilde ignoriert. Das heißt, wenn ihr eine Waffe mit hohem Status habt, jetzt nicht nur 7 publige Prozent, sondern viel, macht es mehr Sinn, auf Gas zu modden und viel Statuschance, weil dann der Gasschaden an den Schilden vorbei direkt auf die Gesundheit des Korpusgegners geht. Das heißt, zwei Möglichkeiten, wenn ihr hohen Statuschance auf eure Waffe habt, geht ihr auf Gas, ansonsten geht ihr auf Magnetschaden und damit sind die Korpus auch durch. Und bei den Infizierten sieht das Ganze eigentlich relativ ähnlich aus. Entweder ihr geht nur auf Feuer, weil Feuer gegen Fleisch ist immer gut, nur Feuer alleine könnt ihr machen oder halt auch Gas funktioniert gegen Infizierte auch immer. Jetzt muss ich mir gerade einen Schluck trinken, weil ich merke, ich werde schon wieder ein bisschen heiser, weil ich wieder zu Leuten ins Mikrofon schreie. Ah, jetzt haben wir erklärt, was man für die einzelnen Gegnertypen macht, dann können wir jetzt zum eigentlichen Waffenmodding fortschreiten. Was tut ihr auf eure Waffe drauf? Ich bin mir durchaus bewusst, wenn ihr Einsteiger seid, werdet ihr diese ganzen tollen Mods hier nicht haben, aber, und das ist ein wichtiges Aber, wenn ich euch jetzt erzähle, was ihr im Idealfall auf eure Waffe drauf macht, dann wisst ihr auf jeden Fall, welche Mods gut sind und welche Mods, wenn ihr sie habt, upgrade-würdig sind und nach welchen Mods ihr Ausschau halten solltet. Und deswegen machen wir das jetzt mal so, als hättet ihr die Mods alle schon. Wenn ihr sie nicht habt, ja gut, dann müsst ihr noch ein bisschen weiterspielen, bis ihr sie bekommen könnt oder bekommen habt. Aber ihr wisst auf jeden Fall, was das Ziel ist und zu wissen, was das Ziel ist, ist schon mal besser, als das nicht zu wissen. Legen wir mal los mit Schaden. Bam. Ich hab jetzt mal die Soma ausgewählt, weil die Soma standardmäßig schon zwei Polaritäten drauf hat. Übrigens hab ich hier auch einen Katalysator drauf, das heißt mehr Mod-Kapazität, aber darüber hab ich ja im letzten Video schon gesprochen. Wenn ihr eine Waffe habt, immer Damage drauf machen. Ich mach das jetzt mal am Beispiel von Rifeln. Es gibt natürlich auch noch Shotguns und Pistolen, aber für Shotguns und Pistolen gibt's halt die entsprechenden Äquivalente zu hier Serration. Zum Beispiel bei Shotgun wäre es, glaub ich, Point Blank ist der Damage-Mod und bei Pistol Hornet Strike, soweit ich weiß. Und ja, Schadens-Mod ist Schadens-Mod. Wie gesagt, Beispiel hier am Gewehr. Macht ihr Serration drauf und ihr seht, plus 165% Damage, dann wird jeder dieser Werte hier mit, ähm, blablabla, auf jeden dieser Werte das 1,65-fache seines Wertes drauf addiert. Könnt ihr jetzt mit dem Taschenrechner nachrechnen, wird stimmen. Das heißt, plus 175% Damage heißt, das 1,65-fache des Schadens, den ihr habt, nochmal drauf. Und dann seid ihr, seid ihr gut. Bin ich jetzt, bin ich, bin ich falsch? 1,65-fache. Naja, es wird schon stimmen. 165, 165% Damage einfach drauf, zack. Das nächste, was ihr wollt, Split-Chamber, Multishot. Plus 90% Multishot, was heißt das? Multishot bedeutet, ihr habt, in dem Fall plus 90%, mit jeder Kugel, die ihr abfeuert, eine 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass ihr noch eine zweite Kugel gleichzeitig mit abfeuert, die euch keinerlei extra Munition kostet. Das ist eine geschenkte Kugel, die nochmal zusätzlich mit rauskommt. Das heißt, ihr macht sozusagen 90% Schaden mehr, auf lange Sicht gesehen, was sich halt hier auch in den Werten widerspiegelt. Und ihr habt gesehen, die Status-Chance geht auch hoch. Wie ist das zu erklären? Das bedeutet, wenn ihr eine 90%ige Chance habt, dass eine zweite Kugel mit rauskommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Statuseffekt beim Gegner gemacht wird, auch um 90% höher. Weil ihr ja sozusagen 90% mehr Kugeln verschießt. Dementsprechend steigert sich hier die Status-Chance auch um den entsprechenden Wert. Nur um das mal zu erklären, warum geht die Status-Chance hoch, wenn der Multishot hochgeht. Das heißt, Multishot vervielfacht den Schaden, ihr seht das hier, wenn ich ihn drauf tue, vervielfacht den Schaden, weil ihr ja 90% mehr schießt, macht ihr 90% mehr Schaden. Und beim Status-Chance sieht das genauso aus. Das heißt, Schaden und Multishot sind die beiden Grundlagen. Das muss immer gemacht werden, ja. Muss immer gemacht werden, auf jeder Waffe immer sinnvoll. Ich kenne keine Waffe, bei der Multishot und Damage nicht wertvoll wären. Wobei doch, es gibt einen Granatwerfer, bei dem ist Multishot, glaube ich, nicht so notwendig, weil man nur 5 Granaten insgesamt gleichzeitig auf dem Spielfeld haben kann. Aber seien wir dahingestellt. Damage und Multishot ist immer gut, Punkt aus Ende. Heavy Caliber hätten wir jetzt die Möglichkeit, den Damage nochmal zu erhöhen. Macht allerdings nur Sinn auf Waffen, die eine sehr, sehr hohe Präzision haben. Ihr seht das hier, bei der Soma geht die unter 20 runter, also machen wir das nicht. Ja, wenn wir Damage und Multishot haben, was machen wir als nächstes? Wir schauen uns die Statistiken an und gucken mal, worauf könnte man aufbauen. Wir haben hier eine Basis-Status-Chance von 7%. Das heißt, wenn wir auf Status-Chance modden würden, würde das wahrscheinlich sich nicht lohnen, weil die Grund-Status-Chance so gering ist, dass da nicht viel mehr geht. Aber wir haben eine 30%ige Crit-Chance. 30% Crit-Chance ist eine ganze Menge als Base. Und der Multiplier von 3 ist auch ganz gut, weil der Standard-Multiplier im Durchschnitt so bei 2 liegt für Gewehre. Also, was machen wir? Wir erhöhen die Crit-Chance weiter mit Point-Strike. Point-Strike ist ein ganz Billow-Mod, den werdet ihr wahrscheinlich schon längst in eurem Arsenal haben, weil den hat jeder und der wird von jedem Billig-Gegner tausendfach gedroppt. Also, Point-Strike werdet ihr früher oder später haben. Plus 150% Crit-Chance. Heißt, die 30% werden nochmal plus das 1,5-fache draufgerechnet. Das heißt, 30 plus 45 macht 75% Status-Chance. Bedeutet, 3 von 4 Schüssen sind kritische Treffer. Was eine ganze Menge ist. Damit habt ihr mit der Soma eine prima Crit-Waffe. Und weil der 3-fache Multiplier schon so cool ist, gehen wir hin und machen Vital-Sense plus 120% Crit-Damage. Bam, auch noch drauf. Und erhöhen das Ganze auf 6,6. Das heißt, 120% mehr. Bedeutet, ihr macht mit jedem Schuss, habt ihr eine 75%-ige Wahrscheinlichkeit, den 6,6-fachen Schaden von dem hier unten anzurichten mit dem Gegner. Und oh Backe, das ist eine verdammt nice Geschichte. Gut. Haben wir jetzt mal den Crit-Chance, den Crit-Schaden, den Schaden und den Multi-Shot und alles mögliche haben wir jetzt drauf. Was machen wir mit den restlichen 4 Stück? Was man da immer gut machen könnte, ist zum Beispiel mehr Feuerrate. Speed-Trigger. Erhöht euren DPS. Ihr merkt hier, ändert sich da nur an der Feuerrate, was die anderen Statistiken bleiben gleich. Wenn euch eure Waffe nicht schnell genug schießt, tut Speed-Trigger drauf, habt da Feuerrate. Alternativ gibt es noch eine Mod Vigilante Armaments. Die macht nochmal plus 60% Multi-Shot drauf. Das heißt, ihr erhöht hier eure Werte noch ein bisschen weiter. Damit habt ihr dann insgesamt 150% Multi-Shot. Das heißt, ihr schießt immer zwei Kugeln und habt noch zusätzlich eine 50%-ige Chance, eine dritte Kugel abzuschießen. Wenn ihr nicht wisst, was drauf soll, Vigilante Armaments ist auch nicht so teuer und nicht so schwer zu bekommen. Einfach Vigilante geht immer. Gut, ansonsten haben wir noch so Quality-of-Life-Geschichten wie mehr Ammo Maximum, schnelleres Nachladen oder was auch immer. Kann man auf jeden Fall machen. Ich würde euch aber motivieren, dazu immer auf den maximalen Schaden zu modden und nicht auf den Komfort, weil der Komfort interessiert uns eher weniger. Gut, aber wie ich ja eben erzählt habe, es gibt ja noch Elemente, die über den physischen Schaden hier hinausgehen. Und genau deswegen tun wir jetzt mal so, als wenn wir gegen Grineer gehen und modden noch ein bisschen Gift drauf. Und dann noch ein bisschen Strom hinterher. Was wollte ich nicht? Was zur Hölle? Zack, geht nicht, okay. Dann halt so. Habe ich hier irgendwas falsch gemacht? Achso, ja, das war es hier. Warum kann ich es gerade hier nicht? Okay, so. Vergesst, was ich gerade gemacht habe. Ich war ein bisschen verwirrt. Also, ihr habt hier Pointswork Vital Sense, unser Standardbild. Dann kommt jetzt noch drauf Stormbringer und Infected Clip. Bedeutet, dass beide kombiniert sich zu Corrosive. Und ihr merkt, 106 Corrosive Schaden, das Ganze hier, diese 90%, die basieren auf dem physischen Schaden. Das heißt, euer physischer Schaden zusammengerechnet, davon 90% kommen dann als Elektrizitätsschaden drauf. Und da sich Elektrizität mit Gift kombiniert, kommen diese 90% Gift Schaden nochmal auf die 90% Elektrizitätsschaden drauf und machen dann zusammen den Corrosive Damage, der insgesamt 180% des kombinierten physischen Schadens entspricht. Ich hoffe, das hat irgendwie Sinn gemacht. Ich versuche, das so gut wie möglich zu erklären. Ja, und damit hätten wir jetzt unser Grineer Setup eigentlich fertig. Wir haben unsere Crit Chance, wir haben, ähm, unser, unser Element. Und ich würde sagen, probieren wir das Ganze jetzt einfach mal an ein paar Grineer aus. So, dann gehen wir mal hin. Äh, wir nehmen mal einen Grineer Heavy Gunner. Na komm, hier. Davon will ich mal 5 Stück haben und das Level tun wir mal ein bisschen runter. Sagen wir mal, wir machen die Level 50, zack, und simulieren das Ganze. Hier sind unsere Level 50er Heavy Gunner. Und ihr seht, die Soma ist schon gar nicht so schlecht. Also gut, Level 50 scheint kein Problem zu sein. Machen wir das Ganze mal ein bisschen heftiger. Machen wir das Ganze mal auf Level 80. Dann sollte die Rüstung, oppala, hab ich ganz vergessen zu simulieren, sollte die Rüstung der Gegner einen größeren Teil des Schadens abhalten. Ja, jetzt halten die guten Kolleginnen hier noch ein bisschen mehr aus. Also, empfehlen kann ich die Soma auf jeden Fall. Soma ist eine Spitzenwaffe für Angelegenheiten auf der Sternenkarte. Für den Ultra High Level Content eher weniger, aber ansonsten, ja, Soma ist eine empfehlenswerte Waffe, lohnt sich auch auf jeden Fall den Beschleuniger für die höhere Mod-Kapazität drauf zu tun. Aber wir wollen natürlich nicht nur gegen Grineer kämpfen, das heißt, wir können jetzt auch mal hingehen und dann zeige ich euch mal ein bisschen, wie das Ganze mit den Korpus aussieht. Dazu möchte ich euch mal die Vorzüge von Gas erläutern. Ich habe hier mal meine fertig gebaute Ignis gemacht. Das ist ein Flammenwerfer, den ich auf reinen Gasschaden gemoddet habe mit einer hohen Statuschance von 63,8%. Gibt natürlich noch Waffen, die höher sind, aber meine Ignis hat da nicht mehr. Ist ja auch relativ Standard vom Bild her, deswegen nichts, nichts Fancyes hier am Start. Aber ja, ich habe mit jedem Schuss eine 63-prozentige Chance, eine Gaswolke zu erzeugen, die Schilde ignoriert. Deswegen gehen wir jetzt mal hin zu den Korpus. Wo sind sie denn? Da. Und nehmen wir uns hier mal ein paar Korpus-Tags, machen die vom Level her so hoch wie möglich, 130, damit der Schild auch schön stark ist und dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Die Grineer sind noch da. So, ihr seht jetzt, der Korpus da hat einen Teil des Lebens ist der blaue Schild und der Rest ist das rote, ungeschützte Fleisch. Und wenn ich jetzt auf ihn draufschieße, dann seht ihr, dass zwar das Schild auch Schaden nimmt, weil wie gesagt, ich mache ja nicht immer den Status-Effekt, ich mache ja nicht immer den Schild Ignoring Damage, sondern nur bei 63,8% meiner Schüsse. Aber er nimmt halt auch, obwohl der Schild nicht ganz runter ist, hat er schon Schaden am Leben genommen, weil jedes Mal, wenn dieser Gift-Status-Effekt, dieser Gas-Status-Effekt erzeugt wird, wird das Schild komplett ignoriert und er nimmt Schaden direkt auf die Gesundheit. Da der Schild im Vergleich zur Gesundheit relativ wenig ist, prozentual vom Lebensbalken, geht das Schild natürlich weg, bevor er an der Gesundheit stirbt. Aber, zum Beispiel der Kollege hier, der hat jetzt gar keinen direkten Schaden von mir genommen, sondern nur durch die Giftwolke, die ich auf ihm erzeugt habe. Und ihr seht, der hat noch den kompletten Schild und ist fast tot, einfach nur, weil die Gaswolke, wenn sie erzeugt wird, auch an Gegnern in der Nähe Schaden macht. Ihr seht hier, alle, die am Glänzen sind, wurden von der Gaswolke, die durch den Status erzeugt wurde, auf ihm hier, wurden auch alle vergiftet. Gut, die haben jetzt hier nicht viel Schaden genommen, weil Grineer halten generell eine Menge aus. Kann man mal demonstrieren. Grineer auf hohen Leveln halten eine ganze Menge aus. Aber das wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Das heißt, wenn ihr eine hohe Statuschance habt, macht es nicht auf Magnetik, sondern macht es auf Gas bei den Korpus. Ansonsten Magnetik kann ich euch jetzt auch mal zeigen. Mit welcher Waffe machen wir das? Gehen wir nochmal zur Soma. Und bauen uns Magnetik da draus mit Cryarounds. Zack, Magnetik-Schaden. Und dann killen wir erstmal alle Enemies und gehen mal wieder auf irgendwas, was mehr Schild hat. Vielleicht hat der mehr Schild. Ich nehme jetzt einfach mal ein reichhaltiges Kolloquium an Gegnern, weil ich keine Ahnung habe, welcher Gegner gerade viel Schild hat und welcher nicht. Ja, schauen wir mal nach. Der hat viel Schild. Der hat eine ganze Menge Schilds sogar. Und ihr seht, wenn ich jetzt mit dem Magnetschaden drauf schieße und einen Statuseffekt mache, wird der Schild halbiert. Das ist der Effekt von Magnetik. Und aus irgendeinem Grund, weil der Kollege hier da ist, lädt sich der Schild von den anderen beiden Leuten auf. Aber im Vergleich jetzt zu den normalen HP mache ich mit meinem Magnetschaden mehr, mehr Schaden mehr Schaden am Schildanteil seiner HP als am normalen Schaden. Das heißt, Gegenkorpus macht Magnetschaden Sinn, wenn ihr nicht auf Gas gehen könnt. Und zu guter Letzt killen wir nochmal alles, was wir hier haben. Oppala, das wollte ich nicht. Alles, was wir haben. Und schauen mal, wie es bei den Infested aussieht. Habe ich da überhaupt irgendwas, was ich spawnen kann? Nein, habe ich nicht. Aber glaubt mir, bei Infested Feuer und Gas ist auch immer eine gute Gelegenheit. Und damit wäre ich eigentlich mit den Grundzügen durch, was, sage ich mal, gutes Waffenmodding angeht. Ich will jetzt noch eine Sache erzählen, und zwar will ich auf den Statuseffekt von Korrosivschaden eingehen. Das mache ich aber anhand von dieser Waffe hier. Der hier. Diese Waffe hier macht nämlich, ignoriert hier mal den sekundären Feuermodus, was uns interessiert, ist nur das hier, macht reinen Korrosivschaden und hat eine Statuschance von ungefähr 60%. Der Statuschance, der zugehörige Status, äh, nicht Statuschance, der zugehörige Statuseffekt zu Korrosivschaden ist, dass die gegnerische Rüstung um einen gewissen Prozentanteil reduziert wird. Ihr habt hier eben gesehen, dass die 130er Grineer unfassbar viel ausgehalten haben, und das ist nicht, weil die so viel HP haben, sondern weil die Rüstung so hoch skaliert auf so hohen Level. Das heißt, wenn ihr gegen hochlevelige Grineer spielt, ihr werdet das so ab Level 60, 70 merken, dass da die Gegner deutlich mehr futterneilen schaden, ähm, wenn ihr gegen High-Level Grineer spielt, wollt ihr irgendwie mit der Rüstung umgehen können. Und das macht ihr mit dem Korrosivstatuseffekt, denn wenn ihr einen Statuseffekt mit Korrosivs setzt, wird die gegnerische Rüstung reduziert. Das werde ich euch jetzt mal hier demonstrieren, ähm, an ein paar High-Level Grineer mit der Quanta Vendal. Ähm, wobei, ne, wir nehmen einfach Corrupted, weil die halten noch mehr aus. Nehmen wir erstmal, ja, fünf Stück, Simulate, zack. Corrupted Heavy Gunner sind so ziemlich die härtesten Typen im Spiel. Hier haben wir einen. Wenn ich jetzt auf ihn draufschieße, merkt ihr, dass ich anfangs weniger Schaden mache als am Ende. Ich demonstriere euch das hier nochmal an dem hier. Wenn ihr genau drauf achtet, ich mach's mal auf den Körper, damit er nicht so schnell stirbt, anfänglich geht der HP-Balken langsamer runter als später, weil mit jedem Corrosiv-Statuseffekt, den ich mache, wird die Rüstung des Gegners weniger und der Gegner nimmt dadurch für den nächsten Schuss mehr Schaden. Achtet mal drauf. zack. Ihr seht, am Anfang habe ich kaum Schaden gemacht und am Ende ging's dann richtig rund. Zeig ich euch nochmal bei dem hier. Bam. Oder auf den Kopf. Bam. Easy peasy. Das heißt, gegen Hochlevel, Highlevel, Grineer, immer möglichst viel Statuschance und Korrosiv, weil sonst sterben die Typen halt wirklich überhaupt nicht. Und das ist eigentlich alles. Also fassen wir nochmal zusammen. Waffenmodding, was gut ist, ist immer Damage und Multishot und Crit, wenn ihr eine Waffe mit hoher Crit Chance habt. Das heißt, hohe Crit Chance ist ohne Mod alles 20% aufwärts, da lohnt sich die Crit Chance zu modden, ansonsten eher nicht so. Wenn ihr über 20% Base Crit Chance habt, lohnt sich das auf Point Strike Vital Sense, Crit Damage und Crit Chance zu modden, ansonsten bei Statuschance auch so, ab 20% lohnt es sich auf Status zu modden. Ansonsten einfach Damage, Multishot, das entsprechende Element für eure Fraktion, gegen Grineer, Corrosive, gegen Highlevel Grineer, Corrosive mit hoher Status Chance am besten Waffe wählen, gegen Corpus entweder hohe Status Chance mit Gas oder einfach niedrige Status Chance mit Magnetik und gegen Infested einfach Feuer oder Gas und Status Chance ist mehr oder weniger egal. Das ist alles, was ich hätte sagen können und sagen wollen. Es gibt natürlich noch sehr viel kompliziertere Mods und sonst was, was ihr machen könnt und was alles geht und Bleed Builds und sonst was. Darauf werde ich aber eingehen bei speziellen Waffen Builds, die ich mir in der Zukunft mal vorgenommen habe hier, wo ich euch erkläre, wie man spezielle Waffen am besten baut und da kommen wir dann nochmal auf das wirklich Interessante zu sprechen, was auch im High-Level-Bereich irgendwie seine Geltung findet, aber für den Anfänger würde ich sagen, habt ihr jetzt alles Wichtige gehört, wie gesagt, die exakten Damage-Multiplier für Elemente auf verschiedene Gegnertypen packe ich euch in die Videobeschreibung und ja, das ist alles, was ich zum Waffenmodding und den Waffenstatistiken erklärt haben wollte. War viel Input, war ein langes Video, ich hoffe, ihr seid noch dabei, ihr habt euch nicht wegen Langeweile schon längst verzogen. Wenn ja, wenn es euch gefallen hat, bleibt auf jeden Fall dem Kanal treu, hier wird es mehr Anfänger-Stuff geben, der hilfreich für euch Einsteiger da draußen ist und natürlich auch Waffenbuilds in Zukunft, die für den High-Level-Spieler oder Veteran interessant sein könnten. Ich bedanke mich ganz herzlich für's Zuschauen, würde mich über Kommentare, Likes und Abos natürlich sehr freuen und ansonsten sage ich mal euer Blackie over and out. Ich bedanke mich